so leute und herzlich willkommen zum nächsten video meiner reihe in diesem fall wie werde ich rules advisor aus eben der reihe wie werde ich ein mtg judge mein name ist mark ich bin level 1 judge im internet kennt man mich als blackie das liegt an meinen klamotten den hellen und ich möchte euch mit dieser videoreihe eben durch judge academy führen dieses grüß judge ein bisschen aufbröseln und mal sehen was daraus wird als allererstes ist es für mich wichtig dass ihr wisst wo wir sind wir sind in der videoreihe über judge academy wir haben das erste video was ist judge academy hinter uns wenn ihr es noch nicht gesehen hat geht bitte zurück schaut euch dieses zuerst an ebenfalls kam ein update video zwischendrin noch rein das ist für bestehende judges relevant aber nicht für neulinge es wäre halt ganz gut wenn ihr diese grundinformationen schon habt bevor ihr dieses video guckt kommen wir zur ersten frage was ist ein rules advisor die rules advisor zertifizierung ermöglicht es einem spieler sich in seinen communities von anderen abzuheben und die regeln und interaktionen von magic besser zu verstehen diese zertifizierung ist perfekt für leute geeignet die zusätzliche unterstützung bei der lösung komplizierter spielsituationen bieten oder eben regelbezogene fragen anderer spieler beantworten möchten bzw dies vielleicht auch schon besonders gut können so ich habe erwähnt ich werde das ganz ganz oft in dieser videoreihe erwähnen ab wann muss ich zahlen weil das tatsächlich anscheinend ein großer concern der leute ist die sich mit judge academy beschäftigen die halt wissen wollen wann sie bezahlen müssen der rules advisor ist von vorne bis hinten komplett kostenfrei es geht darum einen ersten schritt in die community zu kriegen sozusagen den fuß in die tür reinschieben es geht dabei wirklich darum mehr über die regeln mehr über das spiel und mehr über interaktionen zu lernen deswegen heißt das ganze ding auch rules advisor und nicht judge 1 weil der judge 1 ist ein bisschen mehr hierbei geht es wirklich nur um leute die besonders fest mit den regeln sind oder fester mit den regeln werden wollen der rules advisor selber bietet jetzt keinerlei benefits keinerlei vorteile wie der level 1 judge wo man eben durch das bezahlen seines membership beitrags bestimmte vorteile genießen kann was muss ich mitbringen beim ersten schritt um dutch zu werden diese punkte sind von mir gemacht die sind sachen die ich persönlich wichtig finde und wo ich denke dass man das mitbringen müsste es gibt bestimmt auch leute die das anders sehen aber ihr schaut gerade mein video mit meiner perspektive und das sind die vier grundpfeiler die ich finde jeder rules advisor mitbringen muss als allererstes interesse daran anderen bei regelfragen zu helfen der weg zum dutch ist ein weg des supports für die community deshalb ist es relativ wichtig dass man mit anderen kommunizieren möchte man möchte ja diesen weg zum dutch machen und man möchte ja eben diesen schritt weiter gehen um die community zu unterstützen dinge wie interesse an spiel und an den regeln des spiels beziehungsweise interaktion setze ich automatisch voraus ansonsten würde man sich das video selten anschauen viele spieler sind eben der meinung das spielen alleine reicht es gibt leute die sagen nein ich möchte tief an die regeln reingehen ich möchte gerne judgen und für die ist es eben dass der erste schritt und das bringen die auch meistens mit ebenfalls bringen diese personen meistens schon eine regelfestigkeit mit lernmotivation mit damit meine ich dass leute die anfangen wollen judge zu werden eben schon einen gewissen grundsatz an regeln mitbringen aber auch eine frage intention sie wollen sich weiter bilden sie wollen mehr über regeln lernen sie wollen neue regeln lernen verstehen wie dinge funktionieren aber eben mit einem gewissen grundwissen schon dahinter bedeutet wenn ich seit einem monat weiß dass magic the gathering existiert aber eben nicht die spielerfahrung habe die ich als spieler nun mal über die zeit hinweg mehr spiele dann fehlt in diesen baustellen die regelfestigkeit ich muss wissen wann sich eine karte wie funktioniert das spiel im groben das meine ich mit regelfestigkeit und diese lernmotivation habe ich doppelt aufgeführt weil ich finde das ist eine sache die ihr in der judge academy ganz ganz hart haben müsst die judge academy gibt euch einen ort an dem ihr relativ viele theoretische konzepte erkennen könnt relativ viele regelfragen und auch regelsachen lernt genau wie tournament organisation und ähnliches allerdings nur in der theorie für den rules advisor ist es nicht schlimm da geht es erstmal nur um die theorie pures regel lernen regeln verstehen regeln anwenden ich werde euch in diesem video hier nicht zeigen wie er einen account auf judge academy der seite herstellt das hoffe ich dass ihr das schon selber hinbekommt und dass ihr euch da eben dieses minimal an arbeit macht diese seite auch zu finden so ich hatte im ersten video schon mal über das kurzes team geredet das werde ich jetzt ein bisschen vertiefen kurzes team ist wie folgt aufgebaut wir haben ein lehrvideo ein skript und ein quiz das lehrvideo wird meist von einem level zwei oder einem level drei also einem erfahreneren judge zur verfügung gestellt indem er das skript vorliest und euch bestimmte dinge beibringt wenn man das video geschaut hat kann man sich das skript anschauen damit kann man zum beispiel im zug oder woanders doch mal lernen man kann sich ausdrucken oder sonst was machen hauptsache man hat es zur verfügung um darüber zu lernen und wenn man sich dann sicher genug ist dass man dieses quiz danach bestehen kann dass man genug gelernt hat und sagt das kann ich aus dem ff dann macht man das quiz und wenn man das besteht geht man zum nächsten kurs wie so ein video aussieht seht ihr hier das skript seht ihr hier und das quiz was ihr machen könnt seht ihr hier damit ihr schon mal wisst wie das ganze aussieht wenn ihr euch noch nicht auf die akademie angemeldet habt dieses bild habe ich recycelt dieses judge akademie kursgebilde ihr seht schon ganz links steht core competencies das geht wirklich darum die kernkompetenzen also das rules advising durchzuführen dieser track ist praktisch der track des rules advisors am ende dieses tracks könnt ihr eben den rules advisor bekommen so ich werde jetzt ein bisschen genauer auf die kurse mit euch eingehen damit ihr schon mal grob wisst was euch erwartet und ob ihr an dieser stelle überhaupt weitermachen wollt die kernkompetenz kurse sind wie folgendes wir haben steps and faces of a turn in diesem fall geht es darum den unterschied zwischen step und face heraus zu kristallisieren wie auch welche steps gibt es welche faces gibt es casting spells in activating abilities in diesem kurs geht es hauptsächlich darum wie man einen zauber korrekt castet und wie man eine aktivierte fähigkeit ausspielt combat in depth ist genau das was es sagt es ist eben eine genauere betrachtweise des combats also des angreifens und blockens replacement effects und triggered abilities erklärt sich relativ von selbst es geht um triggered abilities und replacement effects in dem kurs keyword actions und abilities geht es hauptsächlich eben um bestimmte schlüsselwörter und eben die evergreens dann kommt mein persönlicher feind layers layers sind wenn man sie einmal verstanden hat ziemlich einfach aber bis dorthin ist es tatsächlich meiner meinung nach das schwerste am rules advisor test hier wird besonders auf die layer 7 eingegangen weil sie doch etwas komplizierter ist aber grundsätzlich lernt man erstmal alle layers um dinge besser zu verstehen zu können warum passieren dinge wie sie passieren dann haben wir stated based actions stated based actions sind eben actions die bestimmte dinge auf dem board checken und wie sie genau funktionieren lehrt ihr dann in diesem kurs damit habt ihr dann so alles was das spielprinzip beeinträchtigt schon mal gelernt beziehungsweise habt ihr dort überall mal reingeschnuppert und dann geht es um details of different formats also wie funktioniert ein format was ist der unterschied in den formaten und worauf muss ich achten wenn ihr das alles geschafft habt kommt ihr zum rules advisor test hier steht test ich würde es als examen sagen weil der rules advisor test ist der letzte schritt um die rules advisor zertifizierung zu erhalten er besteht aus 15 fragen und ihr müsst mindestens 12 fragen richtig haben also 80 prozent dafür habt ihr eine stunde zeit das ist relativ viel zeit aber wenn man das gewissenhaft durcharbeitet braucht man diese zeit auch denn wo ihr bei den normalen quizzes dieses quiz direkt wiederholen könnt wenn ihr euch einfach nur verklickt habt oder ähnliches könnt ihr bei dem examen beziehungsweise bei dem test erst nach sieben tagen noch mal versuchen diesen test zu bestehen und dann stellt sich wie so oft die große freis frage bin ich jetzt fertig nein wenn ihr die zertifizierung des rules advises habt dann habt ihr die mindestanforderungen geschafft mehr aber auch noch nicht das heißt ihr seid auf einem niveau eines einsteigers der regel advisor es ist wichtig dass ihr an dieser stelle nicht aufhört sondern dass ihr euch weiter bildet dass ihr praxiserfahrung sammelt rausgeht spielt seht leute wenn ihr fragen zu regeln habt fragt mich sagt mir bescheid ich helfe euch in eurer commander runde in eurem modernen turnier oder einfach im kitchen table ihr glaubt nicht wie oft ich nachts auf einmal anrufe kriege oder nachrichten blackie erklär mal diese regel oder ist das so richtig wie wir das spielen auch ist die weiterbildung auf anderen seiten sehr wichtig es gibt unglaublich viele gute seiten wo man einfach nur regelfrage nach regelfrage nach regelfrage nach regelfrage hat ich persönlich finde da die judge apps seite ziemlich gut die hat dort eine kleine rubrik wo man eben eine menge dieser regeln lernen kann oder eben eine menge quizzes taken kann denn nur mit dieser weiterbildung dieser fortbildung und dieser sicherheit die euch selber durch euer lernen auch irgendwo gebt bereitet dann stellt ihr euch auf den nächsten schritt vor den es in der judge academy zu machen gibt gut das ist das ende von dem video wir sind hier wir haben die videos was ist judge academy und wie werde ich ein rules advisor beendet und im nächsten video kommen wir zu der frage wie werde ich ein level 1 judge so